Wenn man richtig fit bleiben will, dann muss man sich viel bewegen. Und eins und zwei und ein... Hin und her, das ist nicht schwer. Hallo Jane. Jane, du solltest mitmachen. Eins und zwei und eins und zwei... Wir machen ein Fitnessprogramm. Hin und her und hin und her. Hey Junior, gehört das auch zum Programm? Wir machen ein Fitnessprogramm.